Ich ahne, dass Rumatra in einem Haus sein wird. Wenn du eine Wohnung mieten willst, dann gehst du zu Rumatra, weil Rumatra gehört jede verdammte Wand in diesem Game. Währenddessen versucht Hand of Blood Maximilian Krabi hier seinen Lutsch haben wir noch mal ein bisschen zu verbessern. Ja, also, dass Max ein Freakill ist, ich denke mal, das ist jedem hier bewusst. Aber wir haben natürlich noch deutlich mehr Infos zusammen. Hey, 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 ganz ruhig. Max, 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 Max. Ganz in Ruhe. Ja, Max ist klasse. Und wie ich denke, da haben wir einen Turnierfavoriten gefunden. Dementsprechend, Mann oder Damen und Herren, wir spannen sie nicht länger auf die Vorte. Es geht rein, alle machen bitte ihre Flugzeuge startbereit, denn wir springen jetzt rein. Click to play, engage. Oh, das war aber noch. Das ist relativ unspektakulär, weil der jetzt grad lädt. Oh, Mann. Es war ein bisschen spektakulärer geplant. Stellt euch Feuerwerk vor. Team Spandau! Team Spandau! Team Pupi! Team Spandau! Team Spandau! Team Spandau! Ich fick euch, arme Nakoyon! Kutscha, geh nicht vergraben! Kutscha, geh nicht vergraben! Okay, ich würde sagen, here it is. Ja, Villa, oder? Alter, superviele Military Base. Echt jetzt? Ja, und ein paar Schinkie. Okay. Raus. Raus. Du müsst jetzt schon öffnen, oder? Öffnen, ja, öffnen. Hinter uns haben halt auch welche schon früher geöffnet. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Lass schön ausschwingen. Wir haben alle Zeit der Welt. Alter, guck mal, wie sie alle weit weg von der Einflugschneise gehen. Hahaha! Ist halt echt so. Alter, ich bin ein bisschen nervös. Okay, rudern, rudern. Schön geduldig rudern, ne? Alter! Solach, vorhin wurde getötet. Echt jetzt? Oh no! Ja, aus Team süß und salzig und Team salzig. Hahaha! Alter! Okay, laufen, Junge, laufen. Fuck, Alter. Alter, aber Augen und Ohren auf, mein Junge. Ja. Augen und Ohren. Okay, M16 und Vektor. Ich habe bescheidene für eine Sniper-Rifle. Ich habe bescheidene für eine Sniper-Rifle. Ich habe bescheidene für eine Sniper-Rifle. Loil. Genau. Jetzt kommt der erste Drop. Oh Mann, für den geht bestimmt noch gar keiner. Ja. Na egal. Safety first. Ja, safety first. Lies mal echt. Alter, wenn du reinschaltest, ich töte dich. Ich... Moment! Also hier wäre noch eine M16 für dich. Ja, die hole ich mir wahrscheinlich gleich, weil... Ich habe hier ein Auto. Nein. Oder? Doch. Die fahren hierher, um zu looten. Ne, die fahren weiter. Fahren die weiter? Okay. Die fahren dahin, wo ich eigentlich auch noch hin wollte. Scheiße. Ey, guck mal, er hat noch 93. Ne, jo Alter, wäre es noch gestorben, ich habe es gar nicht gesehen. Ich auch nicht, ich habe jetzt gelootet. Boah, ich bin so nervös. Ich auch. Ich bin komplett nervös. Ich bin so zittrig. Okay, erstmal entspannen. Oh, ich habe einen Helm, Gott sei Dank. Also direkt und dann rechts, erstes gestorben, erster Schuss. Vielleicht, vielleicht gucken wir uns mal, wir gucken mal an, was der Max rummacht. Ich kann es dir jetzt schon sagen. Ich ahne, dass Rumatra in einem Haus sein wird, ist aber, ist aber nur ne... Moment, Rumatra, Moment. Du musst in einem Kreis gehen. Ah, Rumatra ist im Haus. Korrekt, ja. Ich sage dir, der junge Mann ist der größte Immobilienbesitzer auf der Insel. Wenn du ne Wohnung mieten willst, dann gehst du zu Rumatra, weil Rumatra gehört jede verdammte Wand in diesem Game und währenddessen versucht Hand of Blood Maximilian Knabe hier seinen Loot scheinbar noch mal ein bisschen zu verbessern. Wir brauchen auf jeden Fall als nächstes ne Karre. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du? 556er Money? Ich hab eigentlich alles. Ne. Ich hab 180 556er Money. Ja, lass nach Norden rennen, oder? Okay, es kann sehr gut sein, dass da vorne bei dem Gebäude welche sind. Ja. Alter, jetzt geht's richtig ab, ey. Heider hat Anabol endlich getötet. Alter. Manni Noobis auch down. Ich hör'n Auto. Hinter uns. Okay, weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Was? Okay, ich dropp dir 60. Also ich hab noch. Grüne, ja? Ja, grüne. Da vorne wird halt eventuell wer drin sein. Da sind die halt mit dem Motorrad hingefahren. Echt? Ja, also die sind hier so eventuell auch links oder rechts oder hier. Irgendwo ist definitiv Motorrad-Action am Start. Ne, da vorne ist ein Buggy. Ist der nach außen gewandt? Ja, ich glaub schon. Die spawnen nicht mehr nach außen. Die spawnen nicht mehr nach außen gewandt. Nein, nein. Ey, der steht am Haus, ne? Oh nein. Okay, was sollen wir mit dem Buggy machen, bitte? Ich glaube, dass es spawnen. Wir müssen auf jeden Fall noch looten, ne? Wenn du keinen Schuss hast. Lass dir jetzt Gebäude looten, dann haben wir schon mal ein Auto. VSS. AKM, ich switche zu AKM. Ich höre ein Auto, ich höre ein Auto. Jo, die halten hier. Ne, die fahren weiter. Fahren weiter. Ich würde jetzt schon mit Campman fahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ja. Jo, wir gehen zum Auto und fahren in die Mitte. Achso, direkt in die Mitte. Ja, ja. Perfekt. Ja, wir verstehen uns, Alter. Eine Wellenlänge. Wir können nur gewinnen. Ja, ich würde die erste Runde tatsächlich ziemlich tryhard zocken. Ziemlich nach Meter. Ja. Ähm, deswegen auch entsprechend viel aufs Campen tatsächlich. Ähm, und dann die anderen beiden Runden, die dann eher in Richtung Fun gehen. Ja, ja, definitiv. First Person werde ich komplett YOLO spielen, glaube ich. Einfach, weil man es kann. Ich würde nicht zu viel rumfahren mit der Karre, weil du halt weggesnackt werden kannst. Ja, und du YOLO leicht flippst und die Karre generell kacke ist. Ja. Dann, die Runde verkleinert sich gleich. Dann kann man es dann auch aussuchen. Das ist clear, oder? Ja. Nein, da. Einfach, einfach hier so. Hier ein Scheißhaus, Alter. Hier wäre noch eine Wespe. Äh, eine Weste. Ähm. Ich hab, ich hab zwei Westen. Okay. Boah, Mann, Alter. Okay, okay. Jetzt kommen wir erstmal ein bisschen runter. Aber Augen in jede Richtung, Alter. Zwei-dausend Jahre später. Oh, da kommt ein Drop. Stell dir vor, der landet jetzt vor Maus. Jo, direkt vor der Tür einfach. Da kommt ein Flugzeug, es fliegt genau über uns zurück. Wie wissen wir auch, bis es über uns gedroppt hat. Wo ist das Flugzeug? Ist nicht. Oh, ihr ist gekült. Uuuuh, dance. Alter. Allein das ist schon witzig, Alter. Da, der Drop ist vor der Tür. Echt jetzt? Wo, soll ich hingehen? Yolo. Gib mir Deckung, gib mir Deckung. So weit wie ich halt kann. Gib mir Deckung. Ja. Nein, dann bleib an der Maus und gib mir da Deckung. Ja, genau, genau, genau. Ich werde nicht rauslaufen, definitiv nicht. Ist halt wirklich hier runtergekommen. Scheiße. Oh mein Gott, wenn da jetzt ein AWM drin ist. Stell dir vor, ich sterbe jetzt. Bei 74 am Leben. Ich glaube nicht, dass so viele Leute für den Drop gehen. Stufe 3. Auf mich wird gesniped. Auf mich wird gesniped. Ich renne wieder zurück. Ja, ich weiß von wo. Von Nordosten. Von Nordosten. Genau, ich bin down. Ich kann da nicht hingehen, ich kann da nicht hingehen, ja. Ich bleibe hier hinter der Kuppel. Ich kann da glaube ich noch hingehen, oder? Ach so, von da. Hinter deinem Gebäude. Ach, scheiße. Es war zu, es war zu creepy, das. Ne, es war halt high reward so. Aber, scheiße. Hauscamper bleiben im Haus, Romatra. Ja, ist halt echt so. Aber stell dir vor, so AWM, das wäre halt die Story geworden. Ja. Ja. Es hat sich, also ich wäre, ich finde trotzdem so die richtigen Entscheidungen dafür zu gehen. Ich hätte, ähm, hinter dem Drop mich verschanzen können. Shit, Alter, hab ich mich vers... Alter, bin ich zusammengezuckt. Ja, gut. Und Maio, der ist immer noch in einer guten Position. Kaffeekin, ausgenockt, instant weg von ihm. Keine Chance für ihn. Jetzt eben gegen den Uhrzeigersinn. Sieht ihn. Solei, der nächste auf der Liste. Sofort weg, er putzt ihn weg. Der nächste Hit, der nächste Treffer, der nächste Knockout. Der Junge sammelt Punkte, wie andere Menschen. Meine Fresse. Der nächste Kill, der teilt hier aus. Jetzt kommt der Gegenschuss. Der ist ebenfalls schon los. Das war's. Oh. Hostow und Co. gewinnen hier die Runde. Und das war mal ein Showdown. Maio hat am Ende wirklich viel weggedonnert. Drei Kits noch geholt, die waren alle in der Schlussphase. Aber Hostow und Godspeed können mit fünf Kits hier sich tatsächlich den ersten Platz holen. Ja, herzlich willkommen zurück hier im Stahlbar-Schnack. Auch genannt Drei-Ball-Stahlbar. Jawohl. Mit den erfolgreichsten Teilnehmern von Baal. Julia hat den allerersten Kill im gesamten Match gehabt. Ja, aber sie wurden aber als allererstes Genockout. Ja, das stimmt. Das auch. Also es war interessant. Und in dem Moment meinte Rumatra nur zu mir, oh, Team süß und salzig wird zu Team salty. So, rüber zu unseren Kassern. Wow. Da sind wir. Wir haben es getan. Wir haben den Spielball übernommen. Herzlichen Dank an die Leute da drüben, die jetzt natürlich aufspringen, weglaufen und versuchen wieder ready zu sein. Der eine oder andere, würde ich sagen, hat noch Luft nach oben oder rechts oder links. Hey, wollen wir wieder selber auf? Ja. 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 Go. Alter. Das ist so dumm. Wieso sind die viele? Ey, du kannst ja nicht zum Boden gucken. Also zwei sind auf jeden Fall noch am Start. Hä, du kannst schon mit Alt umher gucken? Ja, ja, kann man. Ah, okay. Du kannst halt nur so weit gehen. Ach du bist übel tief. Ich komm da easy hin. Du musst nach oben gucken. Oh leul, ich seh meine eigenen Beine. Ach komm, bitte. Da soll jetzt bitte kein anderer hin. Verpisst euch mal. Oh Gott. Wollt ihr auch dahin, wo wir hingehen? Ich weiß nicht, wo denn, wer? Links vom... Nein, nein, die drehen ab, die drehen ab, die drehen ab, die drehen ab. Die sehen Hand of Blood. Oder? Die flüchten vor Hand of Blood, oder? Ne, ne, die drehen nicht ab. Ne, die kommen. Aber ich bin Ester am Haus. Am geilen Haus bin ich Ester. Lass, lass ins große, dreistückige Haus her. Okay. Oh Gott, hier ist keine Waffe. Hier ist ne... Hier ist ne AK. Ich habe auch ne AK. Ich habe auch ne AK. Direkt die rushen. Da ist einer. Ich komme. Sieh einen. Hast du einen gekillt? Nein, nein. Lass sie rushen. Ich habe dem richtig viele Hits gegeben. Wo? Draußen? Links ist einer. Hinterm gelben Haus. Hinterm gelben Haus ist einer. Die haben ne scheiß Position. Und wir hätten ihn. Mach ihn down, mach ihn down, mach down. Ein Kill, ein. Der andere ist rechts am Haus gewesen, gell? Der ist unge. Der ist unge. Oh fuck, alter. Oh man, alter. Ich hätte da nicht so raus rushen dürfen. Fucking unge. Ist der ins Haus? Wo hat der dich getötet? Der stand rechts an dem Baum. Ich sehe ihn dahin. Ich weiß, wo er drin ist. Ich habe keine Muni. Wie? Du hättest mit deinem 1 HP einfach weggehen müssen. Bro, Bro, er hat mich gepusht. Er war bei mir. Ja, ich hatte keine Muni mehr. Aber hast du mit 30 Bullets gemacht? Ja, ich habe die reingejagt in die Leute. Ich muss unge töten. Wird kein Weg vorbei. Ich höre seine Schritte. Er schleicht ums Haus. Ich will nicht, dass er ums Haus rum schleicht. Warum haut euch einfach ab? Oh man, ich will nicht, dass du tot bist. Ich will nicht alleine sein. Soll ich jetzt rausgehen zu ihm? Oder soll ich warten? Fuck ey, Unge. Sei ein Mann. Be a man. Ich gehe runter. Nee, ich höre nichts. Alter. Dahin. Boah. Das ist er. Hä? Wo ist der hin? Pass auf, der liegt irgendwo im Gras, Mann. Fuck. Ich hatte ihn gesehen. Ich hätte ihn noch mehr rushen sollen. Ich renne in die Zone. Macht er wahrscheinlich auch. Ja, eigentlich müsste er vor mir sein. Also es sei ein, wir sind jetzt richtig dumm einander vorbeigerannt. Fuck. Keine Autos. Wo ist der hingerannt? Ich will ihn töten. Ich muss jetzt straight laufen. Aber ich echt, ich... Oh lol, das war ziemlich close. Und von links Schalldämpfer. Lol, für die gehe ich jetzt. Ich sehe nichts. Wie close ist das? Alter. Links am Baum, links am Baum. Süden, 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 Süden. Da, da, da. Ein Quantum Pro. Sehr gut, sehr gut. So, aber der hinter mir hatte Schalldämpfer, der auf die geschossen hat. Fuck, Alter. Aber gerade hast du den Punkt geholt, Alter. Punkt secured. Die sind dahinter. Ich glaube, es ist nicht schlau, die zu fighten. Ich muss, die sind vor mir. Ich brauche ein Auto. Ja. Ich rush die. Ah, ich sollte die mit Schalldämpfer töten. Ja. Aber wenn du da hochläufst, schießen die dich von den Häusern ab, weil du da über freie Fächer läufst. Aber die sind gerade super fokussed auf die. Die sind links von mir. Alter, das wird jetzt so ein dummer Fight. Ich würde tatsächlich rechts an die Ledge gehen, oder? Ja. Oh, hinter mir. Nee. Nee, das waren die von der Ledge. Von der Ledge, ja. Lost Aiming ist satt. Scheiße, Alter. Der Scheiß ist, die werden jetzt den Buggy nehmen und wegfahren. Und du freckst in der Zone. Oh. Schade. Oh, der hat mich gut gehadert. Na gut, 2 Kids, 26. Majo jetzt ein 1 vs. 2. Einer ist schon mal low. Oh, der hat gerusht. Oh, nein, der sieht ihn. Oh, er hat ihn. Und den kann er niemals wiederbeleben. Es wird ein 1 vs. 1. Die würden er noch mal rausnehmen. Majo auf jeden Fall der Dschungelkönig. Tarzan nimmt safe hier. Die Waffe wird gewechselt. Da hat man noch mal mehr Munition. Red Dot. Er schießt. Er trifft. Er siegt's. 9 Kills. Der hat ja völlig ausgerastet. 9 Kills. Horstor mit 8 Kills. Ebenfalls erwähnungswürdig hier. Aber wir haben an dieser Stelle eine kleine Info aus, natürlich den Kunden, die wir hatten. Also wir hatten ja diesen Crash und das Ganze hat natürlich den Wettbewerb ein bisschen verzehrt. Im Sinne der Ernsthaftigkeit hier werden wir diese zweite Runde tatsächlich nochmal vollständig wiederholen. Wir werden uns tatsächlich dieses komplette Vergnügen, was wir gerade hatten, nochmal gönnen. Das heißt für euch eigentlich nichts, außer ihr kriegt doppelt so viel Spaß. Wo geht's denn? Da unten. So, oder da. Noch weiter unten. Ja. Und dann, wenn wir ein Auto sehen, fahren wir zur Military Base. Okay? So sieht's aus, ja. Das ist super. Das hat bei mir komplett gebackt, Alter. Ich hab 100% nach oben geschaut. Und mein Typ ist einfach... Ja, aber vielleicht mit alt. Nein, 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 nein. Ich hatte alt nicht an. Ich hatte alt nicht an. Okay, dann lande ich rechts. Rechts. Warte, ich markiere. Da. Loi, genau vor mir landet einer. Fuck. Okay, die landen beide da. Ne, ich seh nur einen. Komisch. Ach man tiltet, Alter. Mal gucken, ob ich den rushen kann oder was. Ja, versuch erstmal zu mir zu kommen. Safe. Soll ich zu dir kommen oder soll ich... Ich seh, der andere ist jetzt erst runtergekommen. Okay. Ich kann in die Häuser auch weiter hinten gehen und danach... Also... Soll ich das machen? Hast du ne Waffe? Ja, ich loote erstmal. Ich hab ne Pistole. Weißt du, wo der andere runtergekommen ist? Ja, die sind beide, die sind beide im Süden von dir. Beide im Süden von dir. Alles klar. Dann renne ich mir echt zu den anderen Häusern hier nach hinten und flue da. Hier ist auf jeden Fall auch noch ne Pistole. Aber... Pistole ist halt Pistole, ey. Fuck, hier ist aber auch kein guter Loot, ey. Unlucky. Ne, man... Oh doch, ich hab ne M416. Okay, das ist gut. Mit Vierfachsucher. Okay, ich komm zu dir, ja? Wir können auch direkt weiter. Ich bin bei dir drin, ich bin bei dir drin. Hier ist noch ne Pistol. Brauchst du das Visier? Ne, ne, das Visier kannst du nehmen. Nur das Visier, nur das Visier. Hier ist noch ne Weste, hier ist noch ne Weste. Da haben wir beide wenigst mal Helme und Weste. Okay. Naja, wollen wir uns ran pushen, die töten? Ich seh einen, ich seh einen, ich seh einen. Warte, 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 warte. Der ist in dem Haus, der ist in dem Haus genau im Süden. Ja, das große, ne? Wir können auch einfach... Nein, nein, in dem kleinen, in dem kleinen Kabuf-Haus ist der drin. Okay, achso. Wir können auch einfach... Tja... Ich fick die noch. Sind die beide da? Achtung, pass auf. Pass auf, wovon es wird geschossen. Ja, das ist von da, das ist von da. Der eine hat auf jeden Fall einen Heller gekassiert. Siehst du den anderen? Nein. Ah doch, ich seh auch den anderen, ich seh auch den anderen. Wo ist der? Der ist weiter links. Soll ich ran pushen und du jetzt weiter unter Feuer? Ich glaub nicht, das... Ja, ja, das können wir so machen. Okay, dann, bist du ready? Ja. Ich renne jetzt. Du weißt, wo beide sind, ja. Ich weiß nicht mehr, wo der eine ist. Der eine ist hinter der Mauer, der andere ist... Ah fuck, ich geh auch mit, ich geh auch mit. Was? Fuck nein. Das hat keinen Sinn. Die können da einfach in Deckung weglaufen. Ja genau, ich hab gesehen, dass er auf dem Berg hoch ist und dann ist er oben auf dem Berg verschwunden. Die sind hier drin, die sind hier drin. Die sind hier drin. Close, bei dem Haus. Ich warte auf dich. Oh, Soundbug. Ja, ich auch. In welchem? In dem roten, in dem linken. In dem doppelstückigen. Okay, okay. Okay, ich push mich jetzt an dem Baum, ja? Doch, hier oben an dem Baum. Hab ihn einmal gehittet. Wo ist der, wo ist der? Ey, unten drin halt. Unten im. Ach so. Fuck, auf mich wurde ge... Ich bin ziemlich verwundet, aber ich hiel mich einfach. Guck einfach, die haben ja hier keine Tür. Ja, ja. Guck einfach, wo die Tür ist. Ich hab ihn auch mal gehittet, aber er hat mich auch gehittet. Ich seh ihn, er pusht mich, er pusht mich. Ja, ja. Ne, er pusht mich. Wo ist der andere? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Keine Ahnung. Oh fuck, 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 fuck. Wo, wo, wo? Der ist noch im Haus drin, der steht noch im Haus. Oben an der, an dem Fenster. Oben an dem Fenster. Du könnt, du könntest... Naja, ne, 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 kannst du nicht machen. Ich hätte nicht peaken sollen. Ich hab gedacht, wenn der eine pusht, dann... Ich hab die Waffe von ihm. Der ist immer noch, der ist immer noch an dem Fenster. Ich hab die Waffe von ihm. Genau an dem Fenster. Ich kann's nur ganz genau markieren. Ich glaub der weiß, der ist weg vom Fenster. Der ist weg vom Fenster. Wortwörtlich. Ja. Ok, ich geh rein. YOLO. Ja, mach. Wenn du schnell genug killtest, kriegst du mich auch noch hoch. Hallo, ich kann dich hochholen. Ja, ja. Wenn du schnell genug killst, dann... Oder du rennst eventuell hinter den Baum und holst mich hoch. Das geht natürlich auch. Ja, ja, ja. Die Zeit ist halt nicht mehr. Ok. Hab ihn. Ja, jetzt. Jetzt hol mich schnell hoch. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Hallo, Drey. Oh mein Gott, das ist so gut geführt, Mann. Mein alter Butzfrauenkamerad, wie schlimm. Hat der Arme. Ok, der andere hatte keinen Loot. Ich loot jetzt einfach eine Loot, ja? Ja, ich muss mich jetzt hochhalten. Scheiß, Alter. Du bist doch gut, Max. Du bist doch gut. Ja, du weißt doch, allein performe ich am besten. Ja, dann waren das die vom Anfang, oder? Ja, das waren die vom Anfang. Dann kommen wir noch zu den anderen Häusern. Ok. Fuck, Alter. Ich hab halt gedacht, wenn der eine vorpusht, wird der andere nicht noch oben im Haus gehabt. Weil, was macht denn das für einen Sinn? Oh, er hatte nur ne Uzi. Wow. Ok, ich fahr jetzt einfach straight geradeaus. Mario Pawango ist auch schon dran, ja? Echt? Ja, also wenn's so... Oh, er tritt. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ok, alles gut. Spastis. Oh, du wurde gehintet, Alter. Na klar. Wir sind jetzt hinterm Hügel, alles gut. Ist so... Schlimm für Mario. Er ehmt hat er... Ist er wieder Zweiter geworden, jetzt soll er raus. Ja. Aber das ist halt... So ist das halt mit Re... Remaged. Also... Und so ist es halt mit PUBG, ja. Alter, First Person ist einfach zum Kotzen, Mann. Also, wortwörtlich. Wird einem ja schlecht... Aaaaah! Aaaaah! Jetzt das mit ner VR-Polle. Jo. Von links steht auch ein Jeep auf jeden Fall. Motorrad... Ich würd sagen, wir gehen direkt zum Bauernhaus. Gönnen uns. Was passiert jetzt? Spring raus. Kassieren sie sofort oder kassieren sie nicht? Sie könnten halt beschossen werden. Ne. Ah? Romata geht ja ins Haus, ja. Oh, die tanzt sich auch noch auf! Ne, doch nicht. Hier! Oh, nein! Du kannst eventuell mich hochholen. Ich hab noch 16 Schuss. Hol mich hoch. Okay. Fuck! Ich hab ihn sogar gesehen, Mann. Da ist es! Da ist es! Da ist es! Der schießt der Jusch! Er realisiert es jetzt! Jetzt versucht er mit der Flank! Er ist der Team! Der muss er machen! Der muss er machen! Der ist der Kill! Und das war er seit zweiter! Aber es reicht! Heilige Mutter Theresa! Wir haben natürlich trotzdem noch ausbaufähiges Material gesehen. Wir hoffen, dass es gleich nochmal mehr wird. Aber erstmal sind wir gespannt, was die Jungs selbst zu sagen haben. Viel Spaß! Spiel du erstmal mit dem 300-Kilo-Sack am Bein, ey. So, hallo und jetzt willkommen zurück. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Sache Remake. Da gab es ein paar, verständlicherweise, ein paar Frustproteste, sag ich mal. Ähm, viele wissen nicht. Ja, es gab einen Game-Crash. Offenkundig haben unsere Cars erwähnt. Ihr habt es gesehen. Aber was natürlich viele Leute auf Twitch oder auf Twitter nicht wussten, viele Spieler-Clients sind dann auch gecrashed. Und da müssen wir natürlich Remaken, weil wenn die Leute dann mit rausdroppen, ist es natürlich bitter. Wir sind sehr gespannt. Crossbow und Medis stehen auf dem Programm. Ein letztes Mal wünschen wir Ihnen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Okay, Crossbow only, Junge. Lasst einfach wieder ganz, ganz weit weg von der Einflugschneise. Äh, gucken, ob wir eine Waffe kriegen, Crossbow. Und dann Auto. Meinetwegen Nahkampfhaft und dann direkt Auto suchen. Weil wer ein Auto hat, ist einfach der G. So. Okay. Oh, geil. Ähm. Wollen wir das? Der werden ihn? Ne, ne. Wir machen, wir machen. Wir gehen dahin. Okay, dein Call. Ja, ich will eine Runde, ich will eine Runde Crossbow. Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Und go. Guck schön, ne, nicht wieder steil runter, Junge. Nein, 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 nein. Das ist ja nur First in Person, der mir fail. Wollen wir für die Schule gehen? Nein, 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 nein. Okay, du machst die Calls. Meine Calls, meine Calls. Äh. Ich habe auch ein Auto. Echt? Wo? Ich habe sogar ein Jeep. Oh, ich sehe es. Okay, ich gehe direkt für den. Ich glaube, ich bin eher da. Lass doch mit dem Jeep jetzt voll weit weg fahren. Ne, 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 ne. Da sind wir mit die ersten. Dann lass aber, dann lass aber echt voll weit weg. Wir können auch ein Stahlbau oder so. Ja, genau. Dann lass doch das Bett abhauen. Und zwar nach hier. Pofka und hier. Okay. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Da ist das zweite Auto, mein Freund. Ja, perfekt. Lass nicht raus. Wir fahren zum Winter. Und dann fahren wir von der Villa weiter, die ganzen kleinen Scheißhäuser. Gerne, gerne. Sind Airdrops eigentlich aus? Ne, ne. 0,8. Oh mein Gott. Ja. Das heißt, weniger? Ein bisschen weniger? Ist alles ausgeschaltet außer Crossbows? Holy shit. Ich höre ein Auto. Ich höre ein Auto. Ja, ich auch. Ich brauche eine Waffe. Ich höre mal raus, dass die sich verpissen wollen. Ne, die fahren vorbei. Die fahren vorbei, oder? Ich glaube auch. Oh ne, ich habe sie angehalten. Ne, ne. Ja, der Mann geil. Ich renne hier ins große Haus. Willst du nicht lieber auch kommen? Ja, ich komme auch gleich. Ich würde aber hier definitiv noch fertig sein. Ich habe einen. Crossbow? Ja. Ich. Brauche ich nur noch einen Scope, theoretisch. Oh, noch ein Crossbow und mal ein 4. Oh, 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 oh. Komm einfach hier hoch zu mir. Ich habe ihn, ich habe ihn. Bolzen, Bolzen, Bolzen. Pass auf, bei dir waren die dahinten. Ja, ja. Aber das ist ein Crossbow, wie gesagt. Ich glaube nicht, dass... Weißt du, wo der Drop war? Ne, ne. Aber ich habe ihn gehört. Und... Ich nehme die Rechte. Ausgehört Gustav Gabel im Nahkampf mit Ambos. Hey, die sind doch ein Team, oder? Ah, ne. Ne, stimmt. Wahnsinnig. Hey, habe ich noch eine Pfanne, falls du keine hast? Oh, mal drei Helm. Okay. Sieht gut aus. Okay, wollen wir... Alter, Kutscha und Kevin gehen ab. Wir fahren da oben hin. Geh bitte an den Platz. Da, wo ich Gap markierter fahre. Meinst du, warum... Müssen wir noch looten? Ja, ja. Wir müssen noch looten. Ich habe 25 Pfeile. Ja, aber ich habe nur zwei Sips gekauft und einen Schmerzbegriff. Sieht hier gelootet aus? Türen sind zu. Nehmen wir mit. Oh, ich bin... Okay. Oh, ich habe noch einen Molotow. Hast du schon Granaten? Äh, ne. Dann gebe ich die eine ab. Jetzt habe ich auch einen Molotow. Geil. Oh, ich habe ein Auto. Sind die gehalten? Sind die gehalten? Ja. Nein, die stehen da unten. Die stehen da unten. Pass auf, pass auf, pass auf. Das sind zwei Autos, das sind zwei Autos. Ich sehe einen. Wo? Nicht getroffen. Wo, 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 wo. Linkes Haus, linkes Haus, ist einer drin. Aber pass auf, guck dich mehr um. Hast du die gezündet? Nein, nein, jetzt. Ah, ich sehe, der ist zum rechten Haus rüber gesprintet. Das sind zwei Gegner. Die fahren weg, oder? Die fahren weg? Ja. Beide, achso. Schade. Schade. Okay, sind abgehauen. Gehen die um? Die halten an. Ne, die haben das Jeep gewechselt. Ja, geil, aber dann nehme ich gleich den anderen Jeep. Ja. Warte, ich hole den anderen? Ja, und ich renne da vorne zum anderen Jeep. Okay, pass auf, dass sie da nicht, ja. Okay, du fährst aus der Zone raus, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich würde mich hier so hinstellen. Hinstellen? Ja, und jetzt chillen, bis die Zone kommt und dann vor der Zone wegfahren. Und dann mit der Zone moving. Okay, willst du nicht lieber dann echt in mein Auto? Ja, ich komme wahrscheinlich mit in dein Auto. Ich tanke schon mal auf. Vielleicht finden wir noch auf dem Weg noch ein Auto. Fahren wir die Straße entlang, schauen wir noch ein Auto. Hier rechts ist neben mir einer, der will mich haben. Er flippt komplett! Halt an! Halt an! Wo ist der? Ja, ja. Ist der komplett geflippt? Ich seh den nicht mehr! Ne, der fährt hier oben noch. Nein! Äh, 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 äh... Hä? Der Dacia ist komplett weggeflippt. Ich seh den nicht. Egal, lass einfach weiterfahren. Du Vollidiot. Lass einfach weiterfahren. Lass einfach weiterfahren. Alter, du bist so ein Bonobo, ne? Ja. Komm her. Nimm ich mit. Alter. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Du siehst, wo ich das Haus, das ich markiert hab. Da geh mal hin. Da kann gut wer drin sein, ne? Wobei das kein Auto... Ist das in der Zone? Da stellen wir das Auto ab. Ja, ja. Alter. Hinter uns läuft doch einer. Halt an, halt an, halt an. Den, den abschießen, der auf dem Feld läuft. Siehst du, gell? Achtung, Auto. Fuck! Nicht getroffen! Der hinten am Stein. Nein! Er hat sich bewegt! Der hinten am Stein. Äh, 240. Okay, okay, ich sehs. Hä? Werden vom Auto angefahren? Ja, ich hab einen! Enormer Schwanz! Du musst das Dreieck drüber setzen. Auf den Kopf. Okay. Pass auf, pass auf. Die schießen jetzt mit der Gorsa gerade auf uns. Ja, ich hörs. Auf uns? Nee, nee. Ich hab nen Kill! Sehr geil, sehr geil. Lass weiter einsteigen, einsteigen! Oh, jajajaja. Fahr, 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 fahr! Nein, du musst... Geh weg! Ich fahr, ich fahr. Du fährst, du fährst. Chill, chill. Fahr einfach, fahr einfach. Da ist einer. Ja, ich sehs. Hab einen! Hab einen! Okay. Ich hab ihn nicht. Wie wechsle ich die Pfanne? Wie nehm ich die Pfanne? Ich kill den hier. Mann, stirb doch! Okay, ich hab ihn. Ich hab auch einen, ich hab auch einen. Nice, nice, nice. Ja, wir müssen move'n, wir müssen move'n, 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 go'n, go'n, go'n. Fack. Nicht überfahren werden, nicht überfahren werden. Oh, Mann, den Stein. Ich glaub nicht, dass... Nein, ich wurde überfahren. Ich krabbel zum Baum. Ich kann dich da nicht hoch und denk'n. Ja, ich weiß, ich krabbel zum Baum. Er, er will mich nochmal überfahren. Du kannst ihn hitten, du kannst ihn hitten. Scheiße. Ah, ah. Okay, ich beobachte dich. Die Steine sind auch nicht mehr in der Zone. Geh zu einem Baum. Ja, ja. Der Baum wäre links. Die springen da, oder? Ja. Okay, ja, ist gut. Der Sitzer! Du hast keine... Ich hab' nicht nachgeladen. Tanz um den Baum, Manuel. Jetzt töte ihn. Tanz um den Baum, Tanz um den Baum. Hab' ich die ganze Zeit drunter. Fuck, Alter. Fahrt doch wen anders an! Du bist ja ein... Ah, das ist ja... Mach das so weiter. Steck' einfach mit rein. Ja, 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 ja. Ich probier's, ich probier's. Ich bin ausgestiegen. Der explodiert... Ja! Du bist drin! Töte ihn, töte ihn! Ich kann nicht, ich muss nachladen. Obwohl... Töte ihn mit der Abbrust! Setz dich auf 2 und schlag' ihn. Okay, nicht rammen, nicht rammen. Nicht rammen. Du raus, du raus. Alter, es buckt, es buckt. Okay, fahr einfach weiter. Okay, erst was explodieren. Gönn dir ihn, gönn dir ihn. Das war knapp! Gönn dir doch den Typen ab! Oh Gott! Steig' ein! Mach die selbe Taktik! Mach die selbe Taktik! Mach die selbe Taktik! Der ist schon tot! Fuck! Nein! Wieso bin ich der einzig Vogelfreihe?! Nein! Links von dir ist einer mit dem Gilly! Er wurde überfahren! Du kannst ihn! Töt ihn, töt ihn! Hol dir den Punkt! Hol dir den Punkt! Hol dir den Punkt! Ja! Nein! Bester Move! In einem Wand an Auto einsteigen und dir der schlagen, Alter. Alter, wie geil! Ich geh rüber. Alter, wie geil kam bitte dieses Event an. Ja. Egal auf welcher Plattform, die Leute sind am ausrasten und die YouTube-Videos kommen ja erst noch. Ich freu mich mega drauf. Und wie gesagt, ich hoffe es gibt Zusammenschnitte. Wie gesagt, es wird noch fünf weitere Cups, kann man sagen, von BAL dieses Jahr safe geben, monatlich. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr uns so stark bestätigt. Und ansonsten würde ich sagen, das war das erste BAL. Vielen Dank auch an unseren Partner, AMD zum Beispiel, der das Ganze möglich gemacht hat. Ja, das hier kommt auch nicht von ungefähr. Und vielen Dank auch an Twitch, die das Ganze natürlich auch supporten und unterstützen. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart und vielen Dank an unsere sympathischen glatzköpfigen Caster. Steiberschnack und ohne hohe Haare am PC. Sobald ich das verfolgt hab, war das wirklich 1A. Wir bedanken uns, das war's von uns. Ciao, ciao! Pockchap in Chat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Ciao! Ciao! Was ist bei uns bei uns bei uns bei unsarrieren Dank. Ciao! dew W ALT